Über Favoriten will ich nicht so viel sprechen, weil ja meist dieser Titel aus den Medien kommt und selten ein Trainer sich hinsetzt und sagt, wir sind Favoriten, der andere ist extremer Underdog, außer es ist total klar und so klar ist es morgen nicht. Du musst immer beweisen, wenn du die bessere Mannschaft sein willst und das wird unsere Aufgabe morgen sein, zu beweisen, dass wir besser sein wollen als Benfica und zu beweisen, dass wir zu Recht gewinnen können. Wenn du gewinnst und weiterkommst, fragt keiner, ob du Underdog oder Favorit warst, sondern dann zählt das nackte Ergebnis und das ist das, was für uns auch morgen zählt. Wir möchten hier gewinnen und einen guten Auftakt in die Gruppenphase haben. Ich ziehe das an, was die Ausstatter mir zur Verfügung stellen und dann habe ich schon natürlich ein Potpourri, wo ich auswähle. Ich habe auch mehreres für morgen dabei. Ich tendiere mal zum blauen Hemd, einer weinroten Krawatte und für die Anreise zum Stadion, wenn es schon ein bisschen kühler ist, ein Sakko im englischen Jagdstil. Das habe ich mir sagen lassen, aber wusste ich selber nicht, dass das so heißt, aber haben sie mir gestern erzählt.